Willkommen zurück zur Schwarzwald-Tour. Mit Donkey und Diddy. Oder auch Sam und Tinue. Oder Tinue, wie ich gerne sage. Tinue. Übrigens finde ich es gerade ganz witzig, wenn wir das auf deinen Kanal hochladen und ich meistens die Begrüßung mache. Ja, egal. Ja, ich bin halt höflich, ja. Boah, aber die Stalle sind geil. Sieht schön aus, diese ganzen Licht-Effekte auch. Ich hätte nicht gedacht, dass Donkey hier hochkommt. Ich dachte, der wird zu fett. So nach der Banane. Ja, der ist halt fett, ne? Das ist echt gemein. Der macht hier so einen guten Job und wird hier ständig beleidigt von uns. Hey, voll der fette Affe, geht gar nicht. Er macht ja nicht den Job, sondern ich. Nur nach dem O. Nochmal konzentrieren. Ja, das können alle sagen. Nochmal. Nach dem O. Jetzt. Eigentlich muss man das blind können. Babada, babada, bababada. Leben. Boah, wie er klatscht, ey. Super gemacht. Super, Sam, ey, du bist der Beste. Irgendwie erinnert mich an Keat Schröder, der hat auch einen Besuch gemacht. Oh nein. Oh, diese Assoziation in meinem Kopf, ey. Dann hier mal eine Flasche Bier. Oh Gott. Mr. Gerhard Schröder. Das ist furchtbar. Sonst streike ich hier. Boah, wie er hier voll langslidet hier, der Donkey. Ja, das sind ja die Seile an sich. So, ich glaube, ich komme dann nicht raus. Das geht dann mit dir, die habe ich probiert trotzdem. Ach, es geht. Ich lerne hier Sachen kennen. Ich hätte sonst immer nur Diddy genommen. Mist. Oh nein. Boah, erzählen wir das auch mal, diese Sequenz. Nein, nicht Donkey. Nein, nicht Donkey. So, nochmal. Ui. Moment, ich gucke. Bringt er gar nichts. Das ist ja schon offen. Oh, Armadillo. In Sicht. Heschelt da noch in die Kamera. Armadillo 1. Nichts akzeptieren. Nein. Ich hatte nur Pokémon. Die konnten, ja gut, okay. Oh, das bringt nichts. Das sind auch Lebewesen. Die können auch sprechen. Das sind nur fiktive Gestalten. Oh, ich zerstöre mein Weltbild nicht. Mein arme Weltbild. Es gibt nur Pokémon, keine Digimon. Mühevoll aufgebaut in all den Jahren. Schwarzwald-Tour. Warum auch immer das so heißt. Ja, keine Ahnung. Also, über Mittelfast. Da stehst du schon mal wieder dran. Ja, oder jetzt. Oh nein. Was war das denn jetzt? Das war der Grund, warum ich gar nicht so geslidet bin. Hä? Das geht ja von selbst. Die roten gehen nach unten, die blauen nach oben. Oder hast du das mal nicht mitgekriegt? Ja. Du hast nichts gesagt. Ich dachte, das wäre offensichtlich. Das sieht man doch. Ich gemacht das schon von selber hier. Was? Oh Gott. Ja, jetzt haben wir hier die Fail-Quote für den Pfad. Ist in Ordnung jetzt. Wir waren kurz vor Mittelfast und dann sterben. Du hast alles kaputt gemacht. Hier kannst du noch links mit dem Pfass und das mal besser machen. Nein. Was ist hier was? Das hast du versaut. Ja, kackt. Das hast du kaffeebodenmäßig verkackt. Oh nein. Ich fühle mich so schlecht. Na ja, blond, ne? Ja, blond und, ja, egal. Notgeil. Äh. Ja, links. Da oben mit Bananen. Hast du verpasst? Egal. Achtung am Modell. Verkackt. Verkackt. Äh. Wo muss ich denn jetzt lang? Immerhin. Achtung, 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 Achtung. Ich kann mich gar nicht verlieren. Blonk. Wieso warst du noch rechts gedreht? Komisch. Warum bin ich überhaupt hier? Wer sind Sie hier? Was wollen wir hier? Wer bin ich? Viele. Welcher kommt? Äh. Ah, okay. Hier mit diesen... Dixie. Da ist ein Schwertfisch im Boden. Hm? Da am Boden ist ein Schwertfisch. Ich würd eigentlich lieber hier gern rein, aber... Wo rein? Wo willst du mal rein? Ich dachte, hier könnt mal rein. Wir müssen nach oben. Ja, aber wie? Jetzt hast du's verkackt schon. Achtung, noch eins. Oh Mann, nein. Das geht nicht. Nee, du hast verkackt. Oh Gott, ich... Du wirst eh nochmal sterben, sag ich doch nicht. Boah, diese... Ja, keine Chance mehr. Hier fällt. Da musst du eigentlich direkt reagieren irgendwie, also... Das ist ganz schwer da an den Säulen, wenn man da Kontrolle übersicht hat. Der hat nach rechts gedreht. Komisch. Der will nach rechts weiter. Achtung. Da ist ein Krokodil. Da hat jemand nicht aufgepasst. Ich dürfte eigentlich gar nicht blinzeln hier bei diesem LP. Ich dachte, Frauen haben da... Der war auch nach rechts gedreht übrigens. Aha. Ich dachte, Frauen haben sowieso da so ein Spang-Ding, dass die Augen immer offen bleiben, wegen den Wimpern. Aha. Das wär so meine Ansicht. Den muss man mitnehmen. Nicht verkacken. Ich hoffe, mit Donkey geht's nicht. Nicht verkacken. Boah, das geht doch mit Donkey. So, und unten noch den Schwertfisch bitte. Dankeschön. Wui. Oh nein, ich hasse ihn. Oh nein. Engoade. Engoade. Wie sieht Diddy da in die Luft gehangen hat, eben? So, jetzt gucken wir mal, was hier alles... Ja, der ist völlig abgehoben hier. Die meintisch hier, die Dinger, die Bonus-Dinger. Ne, ich hab bis jetzt immer nur diese großen Viecher hier. Dingens, Kirchens. Die sind auch die einzigen, die was bringen. So, hier links ist glaub ich schon der Zweier, aber das wär jetzt noch zu früh, den zu holen. Das Geräusch ist auch geil. Wupp, wupp. Irgendein Affe. Wupp. So, ich geh jetzt schon runter, ist mir egal jetzt. Sonst find ich's später nicht mehr. Ich find's jetzt schon nicht mehr. Äh. War das nicht hier unten? Doch. Deswegen, ich nenn sie einfach jetzt. Es ist immer an der selben Stelle. Ja, klar. Gerade hier beim Start. So weit ist das Spiel, ne? Drei leben. Drei leben. Kannst du singen? Geht so. Sing mal einen Donkey Kong Groove oder irgendwas. Hab ich gerade. Ja, das war ja nur Gesumse. Mal irgendeinen geilen Text. Er hat nicht nur die Augen offen stehen, der hat auch den Mund die ganze Zeit offen stehen. Mhm. Der mag Wasser. Das heißt, wenn dieses Wasser hier nicht ganz sauber ist, dann ist das ziemlich eklig. Deswegen hat der auch so oben gefahren. Oh, Garde. Mach dir du den Mund zu. Franzosen sind... Oh, ich muss ja hier wieder anfangen. Oh nein. Hilfe, schaffen wir nie wieder. Jetzt können wir aber nochmal einen Schwertfisch holen. Nein, können wir nicht. Wie fies. Aber wir können das O nochmal holen. Ne, das sind Bananen wenigstens. Ja, aber das O haben wir ja. Aber die Bananen. Wo sind die Bananen? Da waren Bananen. Zwei Bananenstauden waren hier. Manche sind unsere Bananen betrogen, ey. Das geht... Das sieht aus, als würde der irgendwie schaufeln oder so. Hm? Donkey hier. Gerade. Huh, huh. Nein. Voll die Qual hier. Ich halte das nicht aus mit denen. Schaufeln? Ich seh nicht. Ja, eben hat er es gemacht. Musst du dir mal angucken später. Oh, ja. Oh, ja. Bananen. Her damit. So, ich weiß, was das rechts hier bringt, aber ich wollte es immer schon mal machen. Aber es gefällt, das ist der normale Weg. Oh, wow. Ja, immerhin decay fast. Das N, ey. Das N, ey. Ja, sei mal froh, dass ich da hin bin. Nach links. Die Bananen... Äh, die... Ja, genau. Ja, äh, toll. Was? Oh nein. Das hat nicht gereicht. Wie? Ja, woher soll man das denn wissen, ey? Naja. Ach. Oh nein. Hm. Wir haben aber wieder mehr Leben. 44. Wahnsinn. Wahnsinn. Irgendwas stimmt nicht hier. Oh nein. Äh. Jetzt bin ich gespannt. Hatschi. Okay. Oh, wir haben wieder Bananen. Wir haben wieder... Und den... Ui. Achtung. Ich trau mich nicht. Ich trau mich einfach nicht. Du musst nur um dich klauen. Oh Gott. Bananen schießt. Oh Gott. Äh. N ist rechts. Falls du das willst. Du musst sobald die vorbei ist, sofort hochspringen, dann bist du zu spät. Pff. Wow. Und nach links einfach springen. Und dann einfach reinrennen. Ja. Genau so. Und die untere wäre besser. Oh, warum hat er dich jetzt hier rausgelassen, ey, hä? Hä? Das ist mit diesen Seilen immer so eine Sache. Ja, aber wir standen hier auf... Das ist noch automatisch. Boah. Das war echt nicht gerechtfertigt, ey. Ja, die guckt hier wieder nach rechts. Und man lasst mich raus hier aus diesem Affenzirkus, ey. Okay. Er wird zum Eingang zurück. Das ist doch echt nicht zu fassen so. Ich versau's nicht, ich versau's nicht, ich trau mich nicht. Und hier war... Schwertfische. Schwertfische. Ansonsten sehe das ein bisschen anders aus. So, ich muss... Ich muss... Boah, knapp. Ui. Ähm... Warte, versuch... Versuch du das mal. Okay. Bin mir nicht sicher. Damit du überlebst, ne? Ne, damit's einer richtig macht. So. Boah. Ja. Jetzt muss ich da nur noch gescheit drauf kommen. Wow. Aha. Super rein. Skill, ey. Okay. Hier geht's nicht weiter, das ist voll die Verarschung. Man muss nämlich hier hoch. Ja. Boah, das kommt zu zurück. Ich hab mich erinnert. Das war jetzt... Das war jetzt irgendwie fies. Das war total fies. Aber gleich ist das Ende schon. Was machst du? Das hätte ich noch nicht sagen dürfen. Nein. Das hast du gar nichts gesagt. Hab nur gesagt, dass das Ende gleich kommt. Das hat mich so emotional unter Druck gesetzt. Was? So. Ich bin voll auf ihn drauf. WTH, was war das denn? WTH? WTH. 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 Jawohl. Dann darfst du mal WTH. Okay. Wie bist du, Kling? Aber nur das Zweier. Den Rest bin ich eigentlich nicht so. Ich hab den zweiten Teil sogar acht Teile aufgenommen auf YouTube. Hui. Aber nie weitergespielt. Aber das muss ich noch machen irgendwann. Ja, ich kannte es vorher nicht. Dann hab ich das Zweier irgendwo gesehen, hab's gespielt und danach war's aber irgendwie, weiß ich nicht. Das ist eigentlich nur so ein bisschen scheiße geworden. Gut. Ja, ich bin eigentlich ständig über irgendwelche Leute drüber gefahren und sowas alles. Ja, wie ein Panzer. Wuh. Viel Spaß. Ich werd dich haben. Du weißt, wo der Zweier ist. Ja. Möglich. Direkt unter dem Start. Jetzt kannst du ja ein bisschen summen hier. Ähm, nein. Nein. Bittiri. 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 Dilliri. Dilliri. Battabarabam. Bittiriri. Bittiriri. Ja, das ist furchtbar. Aber irgendwie, wenn die Sounds gut sind, dann muss ich das einfach machen. Es gibt ja Leute, die finden das schrecklich, wenn der Let's Player mit sonnt. Ja, aber... Einfach weitermachen, ne? Ähm, was? Ich war gerade irgendwie geistig verwirrt, so hier. Reden und spielen wieder, ne? Ja, ne, also wer auch immer gesagt hat, Frauen haben kein Problem mit Multitasking, der kannte mich nicht. Ja, du bist aber auch blond. Ja. Ich würde schnell noch die drei Leben holen und dann reicht das schon. Ich kaufe mir jetzt eine andere Perücke, das hat keinen Sinn. Vier kriegst du ähnlich mehr. Oh nein. Was? Wo muss ich denn hin? Ja, ist egal. Das schaffst du eh nicht mehr. Drei reichen. Wow, wie du voll überzeugt bist hier von mir, ey. Ich hab halt... Dann müssen irgendwann mein großer, starker Let's Player aus mir werden, ey. Ich hab halt realistische Vorstellungen. Jetzt sind wir wieder hier starten, yay. Juh. Die nimmt erstmal die Mütze ab, so, hä, was ist hier los? Im zweiten Teil jongliert er. Aber jetzt, hopp. Jetzt. Achtung, Achtung. Auf damit. Noch mehr. Nicht sterben, nicht sterben. Biene, Biene, Biene. Wow. Biene. Was hat er denn jetzt gemacht? Geier. Biene, Geier, Biene. Boah. Boah. Jetzt, rechts ist ein N wieder, aber das ist gefährlich, ne? Mhm. Ob wir das schaffen? Ich, ich brauch aber die Buchstaben, sonst, sonst... Den haben wir schon gesichert scheinbar. Klatsch ab. Hast du gesehen? Wir brauchen den gar nicht mehr. Der ist schon. Nein. Toll, ne? Ja, saucool. Vor fünf Minuten gemacht, nix mehr im Kopf. Zack. So, jetzt. Jetzt, nein. Nein. Auffassen. Nein. Und jetzt einfach nicht zeigen, dass es links nicht weitergeht, sondern einfach hoch. Ja. Nein. Egal, das Ende ist da. Du musst nur noch nach oben. Äh. Mit B, genau. Also mit Schnelligkeit. Mit Y ist das eigentlich. Was macht der denn jetzt? Was zum? Vorsicht. Oh nein, ich trau mich nicht. Du musst nur noch da hoch und dann rechts ins Ziel. Oh nein. Du hast gesagt, nur noch rechts ins Ziel. Der da oben, habe ich gesagt. Oh Mann. So, wir brauchen das Ende nicht mehr. Jetzt kann ich einfach durchwaschen. Ich bitte darum. Oh mein Gott. Zack. Durchwaschen. Beine kaputt geworden. Gegangen. Kann ich den auch so kaputt machen? Ich probiere es mal lieber nicht. Zack. Immer den Bananen. Da kann nichts passieren. Was? Ah, das war auch 64. Wenn du diese großen Bananen eingesammelt hast, dann hat er eben was zum. Oh nein. Oh, oh. Da kam sie auch schon wieder. Ja, Fail geht wieder los. Jetzt mach es einfach richtig. Fail Power. Nicht zu weit oben, würde ich sagen. Oh, das ist... Bin ich? Nein. Nicht zu weit. Du musst dir das Level einprägen und dann weißt du, was lang geht. Ich muss das in mich aufnehmen, vor meinem geistigen Auge abspielen. Oh Mann. Aber ich mag es irgendwie trotzdem. Also ich finde, die Umgebung ist eigentlich relativ gut gemacht. Die blinkt so viel. Ja. Es klitzert und blinkt, das muss gut sein. Ja, genau. Wie Gold. Oh Mann. Rechts gibt es noch ein Decay-Fast, glaube ich. Warte nicht rein. Ah, okay. Ja. Ist, glaube ich, auch besser in dem Fall hier. Wow. Jetzt musst du nur noch eine Biene treffen, damit... Am besten die da links irgendwie. Nee, na? Ich glaube, der kann nicht so gut werfen. Ja. Jetzt haben wir ein Problem. Du kannst ja mal abklatschen, dann kann ich versuchen, nach unten zu springen. Dann darfst du nämlich den Rest des Levels machen, wenn ich es nicht schaffe. Oh nein, bitte, nee, nee, dann versuche ich es. Nein! Oh Gott. Gut, du musst nach unten. Ja, genau. Oh nein. Das hat es nicht gebracht, irgendwie. Oh mein Gott. Achtung, die kommt zurück, die kommt zurück. Ich kann mir das Level nicht einprägen. Das sind immer so kleine Plattformen halt. Ich kann das nicht. Ich werde sterben. Ganz miserabel werde ich hier drauf gehen und... Achtung, nicht so schnell. Wow. Lass dir mal ein bisschen Zeit. Ich muss mal kurz in mich gehen, ja. Wow. Ich trau mich hier nicht. Einfach nach oben rechts. Ah! Was machst du? Einfach nach oben. Ich kann doch aber nicht hoch. Ja, dann an das andere wieder. Nach rechts, links, rechts, links. Oh Mann. Das ist doch klar. Klar, wie bloß früher. So, jetzt zeige ich dir mal, wie das geht. Oh Mann, ey. Kann er nicht angehen, ja. Ich bitte dich darum. Hilfe. Überall Gegner. Gegner es. Ja, oder lass mich bis dahin, dass du ja auch ja nicht... Ah, immer wieder. Stirbst. Meine Reaktion hier ist irgendwie zu lange. Jetzt, jetzt... Kannst du das Decay-Fast wiederholen? Ja, ich wollte es gerade... Nein. Viel Spaß. Nein, ich... Nein. Mein Vorschlag wäre es jetzt, dass du da einfach mit dem Fass rüberspringst und in die Biene reinläufst, wie ich es schon mal vorgeschlagen hatte. Genau. Äh. Stimmt? Perfekt. Äh, super. Super, man. Jetzt kannst du auch abklatschen, wenn du willst. Denn... Nein, ich trau mich noch nicht. Hier oben, aber... Stimmt. Denn wenn du in den Abgrund fällst, dann ist beide kaputt. Oh Mann. Mal gucken, ob ich das jetzt schaffe. Ah, ich habe die ganze Zeit nie gemerkt, dass du hier dran dotzt mit deinem Schädel, wenn das hier so... Ach so. Du musst hängucken. Mhm. Ja. Aber jetzt schön, kann man unten mal gucken, wo man überhaupt landen will. Du nicht immer einfach blind springen, wie du sie immer machst. Naja, so ist so ein bisschen Spannungsaufbau, muss ja... Und jetzt das Ende noch erreichen. Ach so. Ah. Ich dachte, du hast mal der Display geguckt. Hast du wohl vergessen. Ich habe schon, aber... Das... Oh, das kriegen wir nicht mehr. Doch. Ich glaube, man kann hier ran und dann geht es nach links. Oder auch nicht. Äh. Da muss man dann so irgendwie hochkommen. Aber dann kann es, glaube ich, mit dem Springen... Ja. Oh. Das geht. Ba-da-dam, 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 yeah. Jo. So, wir haben aber irgendwelche Bonus-Verser vergessen, aber egal. Fünfte-Sechs-Eiszeit-Allee und wir könnten schon wieder einen Schnitt machen. Wir haben gerade ein oder zwei Level geschafft, kann das sein? Ähm, ja. Das war mein unglaublicher Skill, der, wenn es jetzt noch keinem aufgefallen ist, spätestens jetzt hier durchbricht, aber... Bisschen erbärmlich, ja. Bisschen. Also, sagen wir mal Tschüss an dieser Stelle. Ciao. Bis zum nächsten Mal.